Ich freue mich euch zur Tech News für diese Woche begrüßen zu dürfen und somit zur Ausgabe 15.2022. Die letzte Tech News musste ja aufgrund mangelnder Neuigkeiten und dem wohl aufkommenden Sommerloch letzte Woche ausfallen. Heute habe ich aber ein paar kleine Schlagzeilen für euch. Markt um Heim-Elektronik macht bereits jetzt für 2022+. Apple plant wohl eine Einsteiger-Variante vom Apple TV und OnQ geht insolvent. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn ihr mich oder meinen Kanal unterstützen wollt und euch das Format Tech News gefällt, dann gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben und schreibt einen kleinen oder großen Kommentar. Das hilft dem YouTube-Algorithmus und somit auch meinem Kanal. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Unterstützung und wünsche euch nun viel Spaß mit diesem Video. Marktforscher der GFU konnten im Home Electronics Index, kurz Hemix, ermitteln, dass der Markt rund um die Heim-Elektronik bereits für das Jahr 2022 ein Plus verzeichnen konnte. Vor allem die Sparte der Unterhaltungselektronik sticht dabei hervor. Im Gesamten konnte der Markt bereits ein Plus von gut 7,5% machen und dies im ersten Quartal 2022, verglichen zum ersten Quartal 2021. Dabei wurden ca. 12 Milliarden Euro umgesetzt. Die Unterhaltungselektronik-Sparte konnte ein Plus von 6,2% im gleichen Zeitraum verzeichnen, was ca. 7,5 Milliarden Euro ausmacht. Der LP TV 4K gehört als Streamingbox zu den Vorzeigeräten am Markt. Über dessen Preis lässt sich durchaus diskutieren, für gut 200 Euro in der kleinsten Version ist er jetzt nicht gerade günstig. Nun kommen Gerüchte auf, dass Apple wohl plant, eine Art Apple TV Lite auf den Markt zu bringen, welche auf ältere Apple-Hardware setzt, dabei genügend Power für alles Notwendige bereitstellen soll. Durchaus denkbar, da die in dem aktuellen LP TV 4K verbaute Hardware sich höchstens beim Gaming beansprucht fühlt und ansonsten eher gelangweilt im Regal steht. Auf jeden Fall scheint ein Twitter-User davon überzeugt zu sein, dass Apple zum Herbst eine Lite-Version des LP TVs präsentiert, welche sich wohl knapp unter 100 Euro ansiedeln soll. Vielleicht auch eine Art LP TV-Stick? Wer weiß. Es musste so kommen. Der Audiotraktionshersteller Onkyo, welcher vor allem früher bekannt dafür war, erstklassige Affair-Receiver auf den Markt zu bringen, geht nun endgültig in die Insolvenz. Mit einem Minus von ca. 23 Millionen Euro steht Onkyo wirklich im Regen. Die Debatte um Onkyos Zukunft ist nicht unbedingt neu. Vor einiger Zeit hatte Sound United bereits im Gedanken, Onkyo zu übernehmen und sie neben den hauseigenen Denon- und Marantz-Marken zu positionieren. Doch man hat sich kurzfristig umentschieden und doch keine Übernahme vorgenommen. Nun steht Onkyo endgültig vor dem Aus. Geschuldet ist dies vor allem daran, dass das Unternehmen den Anschluss nicht mehr gefunden hat und zu spät auf eine Integration von modernen Audio-Steaming-Techniken gesetzt hat. Aber auch, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, in den letzten Jahren hat die Qualität der Onkyo-Fair-Receiver vor allem im günstigen Preissegment unterhalb von 1000 Euro stark nachgelassen. Ausfallende Geräte, ARC-Problematik und eine bockige Software sind nur die Spitze des Eisberges. Zum Abschluss sprechen wir kurz über Netflix. Der Streaming-Teams plant wohl in Zukunft, Live-Streaming anzubieten. Jetzt nicht im Style von Twitch oder YouTube, nein, sondern eher die Übertragung von Live-Veranstaltungen. Den Start sollen wohl Stand-Up-Comedy-Veranstaltungen machen, welche live auf Netflix übertragen werden. Denkbar ist auch, dass Netflix sich auf Sport-Live-Veranstaltungen stürzen könnte. Amazon als auch Dazon machen es vor und die Konkurrenz ist da groß. Was denkt ihr? Denkt ihr, dass Live-Übertragungen Netflix zu einem Mehrwert verhelfen könnten? Schreibt mir mal dazu eure Meinung in die Kommentare. Ja, und damit war dies die Tech-News für diese Woche. Ich hoffe, euch hat dieses Video wieder gefallen. Falls ja, lasst gerne ein kostenloses Abo da, denn so verpasst ihr keine weitere Tech-News-Ausgabe mehr. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!